Hey yo, ich bin's wieder, euer Marco. Heute mal ein Paarwitz. Ein Paar hat Sex. Danach moos es die Frau unaufhörlich. Da steht der Mann auf, zieht sich an, geht zur Tür. Die Frau fragt, wo willst du jetzt mitten in der Nacht hin? Ich hole mir eine zweite Meinung. Check it out, Babe. Check it out. Check it out. Vielen Dank.